Hi, ich bin der Philipp von Baerpohr und wir haben neue Rucksack-Insortimente, die wollte ich euch gerne mal vorstellen und ich zeige euch heute einfach mal, was ich alles mitnehme, wenn ich auf dem Parcours gehe. So, natürlich meine normale Schutzausrüstung, packen wir hier vorne rein. Ganz wichtig auf dem Parcours, immer ein schönes Messer dabei, weil das öfteren geht doch mal ein Pfeil ins Holz. Ersatzszene ganz wichtig, falls die alte reißt. Meine Spannschnüffeln-Bogen, da falle ich auch vorne mit rein. Sowieso mit dabei habe ich immer Sekundenkleber, ein paar Ersatzknocken und mein Sehnenhalter. Der Checker darf nicht fehlen, um unterwegs zu gucken, ob die Standhöhe noch passt und für den Spaß zwischendurch noch ein kleines Pfand. Essen ist natürlich auch ganz wichtig, man trinkt nicht so viel. Für eure Pfeile habt ihr hier hinten noch super Fächer, die auch ein bisschen verstärkt sind, sodass auch beim mehrmaligen Benutzen da nichts durchscheuert. Und dann habt ihr vorne noch eine kleine Handytasche dran, weil sie mal schnell mein Handy rausholen wollen. Dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal auf den Parcours. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 lenses